Hallo ihr Lieben, wie geht es euch denn heute? Ich hoffe es geht euch gut. Herzlich Willkommen! Ihr habt ja bestimmt schon gesehen, dass es ein neues Video aus der Rubrik Hilfe, ich muss aufbrauchen gibt. Das lange Vergessene, beziehungsweise ich habe wirklich einen Monat lang vergessen es zu drehen. Dritte Video aus der Serie, die ich hoffentlich mal aufgebaut bekomme. Mal gucken. Dort habe ich schon einige Sachen gezeigt, die ich in den letzten drei Monaten so aufgebraucht habe. Es sind allerdings noch andere Sachen dazugekommen, so Bits & Bobs, so in between Sachen. Die Produkte aus der Aufgebraucht Hilfe, ich muss aufbrauchen Serie, die zeige ich euch jetzt nicht mehr. Zumindest die aus der aktuellen Folge nicht. Die aus der davorherigen Folge aus dem Mai, ich glaube da sind ein paar Produkte jetzt dabei. Aber ansonsten einfach mal so kleinen Gedöns, was ich so aufgebraucht habe im Beauty-Bereich. Und ich glaube ein Nicht-Beauty-Produkt ist dabei, müsste ich aber nochmal schauen. Jedenfalls ist mein Tütchen voll, ich habe Bock es wegzuschmeißen, es wird Zeit. Und ja, legen wir einfach mal los. Ich werde jetzt nach dem Prinzip Überraschungsgriff einfach blind in die Tüte packen. Bis auf eine Sache, die muss ich greifen, wo ich gucke. Und zwar ist das von Brilliance, meine aktuelle Haarfarbe, die ich mir jetzt ganz brandaktuell gestern, also am Tag bevor ich das jetzt hier gedreht habe, aufs Haar geklatscht habe. Aber ich bin sehr gespannt, ob die hält. Meine letzte Haarfarbe, ebenfalls von Brilliance, hat leider nicht gehalten bei mir. Und da habe ich mir jetzt gedacht, weil die Farbe von vorhin, die gab es an dem Tag, wo ich die Farben gekauft habe, nicht. Und da habe ich die halt mitgenommen. Das ist die 860 Ultraviolett. Und ich finde die Farbe so geil. Also richtig, richtig toll, schön knallig. Ist auch eine aufhellende Koloration. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe mir, wie gesagt, nach dem Färben noch nicht die Haare frisch neu gewaschen. Ich bin sehr gespannt, wie lange sie anhält. Und falls sie nicht so lange anhält, habe ich noch eine zweite Packung. Es wird jetzt gefärbt, bis die Scheiße sitzt. Also das sage ich euch. Es tut mir übrigens leid, dass ich im Moment so viel fluche. Irgendwie habe ich gerade da so einen Run, dass ich einfach Bock drauf habe. Ich bin halt so ein Bauarbeiter in weiblicher Form und mit Möpsen. Also so ungefähr ist mein Humor und so ist meine Sprache, wenn ich nicht gerade bei der Arbeit bin. Erster Blindergriff. Ah, ein Tötchen. Ja, eine Packung Babylove Reinigungswattepads. Sind jeweils 60 Stück drin enthalten. Die hier sind jetzt vom DM. Die hatte ich noch gebunkert. Die verbrauche ich relativ flott, weil ich die, wenn meine Acne Inversa sich wieder meldet, ich habe immer so Schübe, wo es ganz schlimm ist. Und Acne Inversa, sagen wir es mal so, bitte nur googeln, wenn ihr extremst neugierig seid. Also zumindest keine Bilder googeln, ist ein bisschen eklig. Ist halt eine Hautkrankheit, bei der halt sehr viele Absesse sich bilden und offene Stellen sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Sehr schmerzvoll, sehr eklig, sehr einschränkend manchmal. Und weil ich halt Phasen habe, wo sehr viele dieser Absesse halt am oberen Bauchbereich sind, sprich unter den Möpsen, polstere ich meinen BH immer gerne mit diesen Teilen ab. Denn ich kann leider nur Bügel-BHs tragen durch das Gewicht und die Größe meiner Oberweite leider. Und deswegen kommen die immer sehr gut zu Hilfe, sage ich jetzt mal. Denn ansonsten ist das mega Aua. Also BH tragen ist so schmerzhaft mit dieser blöden Krankheit. Ja, und deswegen verbrauche ich die. Ich habe auch, glaube ich, noch zwei Packungen im Petto. Das nächste ist, ich habe endlich mal hier so eine Packung von 140 Wattepads aufgebraucht, auch von Ebelin. Braucht man nicht viel zu sagen, aber bei denen brauche ich halt sehr, sehr lange, weil ich die nicht so oft verwende. Dann haben wir hier erstmal zwei Duschgel, die ich bereits in dem, ich glaube, zweiten Teil der Hilfe, ich muss aufgebraucht-Serie gezeigt habe. Das sind Purple Kisses und Duschcreme, Kokos und Nektarine. Große Review mache ich nicht. Ich packe euch einfach alles, die ganze Serie von Hilfe, ich muss aufbrauchen, packe ich euch einfach unten rein, könnt ihr gucken. Ja, dann haben wir gleich hier zuoberst das Non-Beauty-Produkt. Und ich weiß nicht, warum ich es reingetan habe. Von Frosch Grapefruit Fettreiniger. Genau. Ich glaube, ich habe den reingetan, weil ich so ein Fan von diesem Zeug geworden bin. Ich liebe es abgöttisch. Ich hätte mir gedacht, dass so eine Art Bio-Zeugs wie Frosch so richtig hartnäckigen Kram los wird. Das ist der Hammer. Also ich habe wirklich sehr, sehr hartnäckige Fettreste weggekriegt damit. Und kann ich nur jedem empfehlen. Genau deswegen habe ich es reingetan. Kann ich euch empfehlen. Ganz tolles Zeug. Riecht auch übrigens total gut und lecker. Eingetrocknet und deswegen nicht ganz aufgebraucht sind von, was ist das? Ich muss mal schauen. BB Young Care erfrischende Reinigungstücher für normale Haut. Die benutze ich eigentlich nur noch, um Swatches zu entfernen. Die Reinigungstücher verwende ich generell schon gar nicht mehr, um Make-up wirklich zu entfernen, sondern eher nur Swatches oder wenn ich meine Foundation auf dem Handrücken verteile, um sie dann im Gesicht zu verwenden. Dann einen Balea zarten Reinigungsschaum. Ich habe euch zwar einen gezeigt, den ich gerade verwende im letzten Video, aber den hier hatte ich aufgebraucht. Finde ich ganz toll. Ich mag zwar eigentlich das von Aven am liebsten, diesen Reinigungsschaum, aber der ist a teurer und b ich vergesse den ständig zu holen und dann bin ich gerade immer zufällig beim DM, also wenn es gerade leer geworden ist und da wird es dann halt meistens dieser hier. Deswegen weg damit. Dann habe ich, ich gucke jetzt doch, tut mir leid, ich gucke jetzt doch von der Kamera weg, habe ich mir zwar eigentlich geschworen, dass ich es nicht mache, aber passiert. Drei Deos. Die sind, das hat Monate gedauert, also richtig Monate, bis ich die leer hatte. Ich hoffe, die sind jetzt nicht vom letzten aufgebraucht übrig geblieben oder so, aber wie gesagt, die sind leer mit 48-Hour-Protection-Unscented. Das ist immer dieses für empfindliche Haut Deo. Das benutze ich unheimlich gerne, nehme ich mir auch immer wieder aus London mit, wenn ich da bin, wobei sich mein Deo-Vorrat leider gerade irgendwie dem Ende zuneigt. Ich muss mal gucken, ich glaube auf Amazon kriegt man es vereinzelt auch, muss ich mal schauen. Dann haben wir ebenfalls eins, was aus der, ein Duschgel aus der Hilfe, ich muss auch brauchen Serie von TTSEP 2 in 1 Schauern Shampoo für Kinder. Das habe ich gesponsert bekommen. Ebenfalls gekillt und schon gereviewt ist von Balea das Duschgel White Passion. Es tut mir leid, wenn das jetzt irgendwie lieblos klingt, aber ich sehe jetzt gerade, dass ich das meiste schon belabert habe. Deswegen, damit es jetzt im Müll landet, halte ich es einfach mal in die Kamera und oh Wunder, oh Wunder, es ist wieder staubig. Ich habe zwar eben mit einem Handtuch, mit einem Gebrauchten einfach mal so in der Tüte rumgewedelt, aber irgendwie in jeder Folge fliegt der Staub, tut mir furchtbar leid. Das Zeug steht halt in der Ecke rum und ist schlicht und ergreifend immer noch Müll. Deswegen und den Müll putzt man meistens nicht. Also ich bin ja sehr weit entfernt davon, eine perfekte YouTuberin zu sein. Und ich führe diese wundervolle Tradition auch einfach fort, indem ich den Staub fliegen lasse. Yay! Jedenfalls Amazing Grace ist ein Duschgel und Shampoo. Das wusste ich gar nicht, dass es auch Shampoo ist. Von Philosophy. Das hatte ich auch noch im Petto gehabt. Das hier fand ich, glaube ich, ganz... Das roch echt gut. Das hat so ein bisschen so einen leichten Oma-Seifenduft gehabt, aber nur ganz leicht. Fand ich wirklich toll. Würde ich mir aber jetzt nicht nachkaufen, weil ich habe halt so viel. Jetzt ein Produkt, ja, was ich lange Zeit sehr toll fand für einen gewissen Zweck und dann jetzt entdeckt habe, dass dieser Zweck leider gebackfired hat. Also so ein bisschen mir um die Ohren geflogen ist. Und zwar ist das das Denk mit Hygienespray. Es ist so ein Desinfektionsspray. Kann man für Oberflächen und alles benutzen. Für Bad, WC, Küche und Kinderzimmer. Für Teppiche, Polster und Matratzen. Und zum Schuh Desinfektion. Ich benutze das eigentlich ständig, wenn ich irgendwo eine Fläche desinfizieren muss, weil ich sage mal, Sacrotan ist nicht so, laut Tests ist ja nicht so, dass Nonplusultra, wie es immer dargestellt wird scheinbar. Und da ist, das tut es dann auch total. Und ich finde, die Denkmit-Sachen sind auch super. Jetzt wird es aber ein bisschen eklig. Also diejenigen, die sich nicht unbedingt so mit Abszessen und Krankheiten und sowas beschäftigen möchten, die spulen dann bitte zu dieser Zeit vor. Ich werde auch nicht zu sehr ins Detail gehen, keine Sorge. Jedenfalls habe ich es ganz, ganz, ganz lange dazu verwendet, um meine BHs so ein bisschen zu desinfizieren. Klingt jetzt krass. Das Problem ist allerdings, wenn ihr, und ich glaube, falls ihr selber unter Akneinversa leidet, als Frau, und selber ein bisschen mehr Oberweite habt, werdet ihr das bestimmt nachvollziehen, beziehungsweise auch, wenn es eine andere Erkrankung ist, die Entzündungen unter der Brust hervorruft. Entzündete Haut neigt leider dazu, irgendwann zu riechen. Da kann man sich waschen, so viel man will. Ich bin wirklich kein schmutziger Mensch. Ich bin wirklich kein unhygienischer Mensch. Gar nicht. Aber das Problem ist einfach, dass Haut, die offen ist, vor sich hin, und jetzt wird es eklig, vor sich hin suppt und einfach entzündet ist und alles. Und da ist noch so ein BH, der da drauf rubbelt. Selbst mit Polster und Pflaster und Tralala. Das sift einfach überall durch. Das klingt jetzt natürlich so, als würde mir hier die Flüssigkeit runterlaufen. So ist es jetzt nicht. Aber das ist so ein bisschen wie, wenn sich so ein bisschen Schweiß unter einer Hautfalte so ein bisschen ansammelt. Ungefähr so müsst ihr euch das vorstellen. Jedenfalls mache ich das dann meistens so, weil ich nicht jeden Tag nach dem Tragen das waschen kann. Wenn es nicht wirklich schlimm ist oder sowas, habe ich dann die Bügel oder den BH einfach immer mit dem Hygienespray eingesprüht, um die Bakterien einfach zu killen, die diesen Kruch verursachen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Also wirklich, wirklich gut. Also ich habe auch immer am nächsten Tag geguckt und habe das immer so hingelegt und vor ein Fenster zum Auslüften. Das ist alles gut, weil der ist ja in dem Sinne nicht unbedingt so dreckig oder blutig oder so. So müsst ihr euch das nicht vorstellen. Es ist schlicht und ergreifend so, dass da einfach so ein gewisser Geruch dran haftet. Und den finde ich sehr unangenehm. Auch wenn viele sagen, dass nur ich den wahrnehme. Aber ich habe so ein Problem mit Körpergeruch. Deswegen habe ich das immer gemacht. Jedenfalls ist es so, Duft war dann immer weg. Alles gut, alles tuti. BH war auch in Ordnung. Und dann konnte ich halt noch einen zweiten Tag nutzen. Und irgendwann habe ich halt festgestellt, dass ich immer so eine Chlornote noch wahrgenommen habe. Also so eine, wie als hätte ich irgendwie so Chlor an der Haut haften. Und das steigt natürlich immer so nach oben. Und wenn es dann aus dem Ausschnitt so ganz komisch, das ist ein Duft gewesen, den habe wirklich nur ich wahrgenommen. Das ist auch nicht, dass ich jetzt stinkend durch die Gegend laufe. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Aber ich möchte halt über so Sachen halt auch offen reden, weil es einfach zu wenig gemacht wird. Aber wie gesagt, man muss ja nicht ins Detail immer mit allem direkt gehen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, das ist aber komisch, das riecht irgendwann einfach so chlorisch. Und dann meinte mein Freund ja, das liegt bestimmt an den Desinfektionsmitteln. Und jetzt habe ich das angefangen wegzulassen. Und tatsächlich, ich bin da nie drauf gekommen, das scheint wirklich dieses Desinfektionsmittel zu sein, was das nach Chlor riechen lässt. Und ich weiß nicht, ob da irgendwas mit Chlor noch mit da drin ist oder so. Also da ist Alkohol drin, Propanol, Hexyl, Zinamal, Zitronen... Also ich habe es jetzt nie direkt drauf gespült und sofort angezogen. Also macht euch mal keine Gedanken, nicht, dass das jetzt in irgendeine Wunde reinkam oder sowas. Es ist einfach dann ausgelüftet gewesen. Ja, und seitdem ist das einfach weg. Also es reicht tatsächlich, ich wasche den dann vielleicht kurz mit Wasser ab oder sowas und lasse den durchlüften über Nacht. Und inzwischen reicht das auch mehr oder weniger. Ich muss allerdings immer noch sehr oft waschen tatsächlich. Das ist dann ätzend. Und deswegen habe ich aufgehört, dieses Teil dafür zu verwenden. Also falls ihr das... Ich werde ja bestimmt nicht die Einzige sein, die auf diesen komischen Gedanken kommt. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, das so zu machen, macht es nicht. Ist keine gute Reaktion, sage ich jetzt mal. Aber ich muss noch dazu sagen, dieses Spray hatte wirklich überhaupt gar keinen Einfluss auf, ob ich jetzt mehr oder weniger Entzündungen bekommen habe, dadurch, dass es ausgelüftet hat. Also je mehr ich jetzt darüber rede, desto bescheuerter hört sich die Idee eigentlich an. Aber ich sage mal, in der Notfrist der Teufel fliegen und ja, man versucht sich immer irgendwie zu helfen. So, sind nicht mehr viele Produkte. Ich habe dann noch 50s Forever, eine Balea Pflegecreme mit so Kirschduft entdeckt. Die habe ich dann leer gemacht, beziehungsweise das letzte Rötzchen war eingetrocknet. Der kommt auch fort. Dann, das war aus meiner letzten Haarfärberaktion, dieser, wie heißt das nochmal, Conditioner, aus meiner vorletzten Haarfärberaktion. Ähm, ebenfalls leer gemacht, habe ich mein aller, 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 allerletztes Donto Dent Pink Grapefruit Mundwasser. Ich vermisse es so sehr. Ich hoffe, es kommt irgendwann nochmal wieder. Ich fand das so toll. Das war das einzige Mundwasser, was ich wirklich gerne verwendet habe. Bitte, DM, bitte, 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 bringt das nochmal raus. Es sei denn, es ist tatsächlich nochmal raus und ich war jetzt bestimmt seit Monaten bei keinem DM mehr und ich habe es verpasst. Das wäre kacke. Jedenfalls, ähm, dann nochmal eine Packung von diesen Pads. Diese hier sind von Müller, von Beauty Baby, diese Reinigungswattepads, sind ebenfalls 60 Stück enthalten. Die allerdings finde ich nicht wirklich toll, weil sie einfach total zerfasern und zerfallen im Laufe des Tages. Ähm, natürlich sind die nicht dazu gemacht, irgendwas abzupolstern, ist klar. Trotzdem fand ich die jetzt nicht so dolle und werde die auch versuchen, nicht nochmal nachzukaufen. Es sei denn, ich habe wirklich Notschuland. Äh, eine Handcreme von P2 habe ich leer gemacht. Äh, Ultra Soft Hand Balm, den habe ich auch schon Ewigkeiten. Ganz, 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 ganz lange. Den habe ich mal geschenkt bekommen, aber der ist jetzt endlich leer. Ja, ich habe es tatsächlich geschafft, zwei Parfüms zu leeren. Ich bin sehr stolz auf mich. Das ist einmal das Burberry Beat und das ist einmal Signature Gold Edition von, weiß ich gar nicht, was es ist jetzt, müsste ich mal schauen. Ups, ich habe falsch rumgehalten. Woman or the Toilette von Otto Kern. Genau. So sehen die aus. Ihr seht, beide leeren, nur noch so ein kleines Rötzchen, was gar nicht mehr rauskommt. Ich bin so stolz auf mich, Parfüms leer gemacht zu haben. Das ist nämlich auch was, was ich mir vorgenommen habe, dass ich meine Parfüms leer mache und nicht mehr großartig nachkaufe. Außer bei Eskata, da werde ich dann immer wieder schwach. Ja, ganz aktuell habe ich leer gemacht eine Gesichtsmaske. Und zwar März Spezial Peel Off Papaya und Ananasextrakt. Porentiefe Reinheit für ein klares Hautbild. Und ich muss sagen, ich bin da ehrlich gesagt, doch ziemlich begeistert von, weil ich immer so ein bisschen mit unreiner Haut zu kämpfen hatte und immer so hubbelige Haut hatte. Und da hat mir das sehr, sehr, sehr bei geholfen. Fand ich ganz toll. Und die würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Ich glaube, die habe ich gesponsert bekommen damals mal. Und ja, kann ich auch sehr empfehlen. Riecht auch mega lecker. Fühlt sich auch total angenehm an. Und je nachdem, wie dick man es aufträgt, kann man die auch ganz gut wieder entfernen und abpeelen. Und das Letzte, was ich hier drin habe, ist Balea, Limette und Aloe Vera, ein Dusch und Creme Mini, 50ml aus dem Adventskalender. Und damit hätten wir die Tasche leer gemacht. Ja, das war dann so das hoffentlich nicht allzu lieblose aufgebraucht in der nächsten Zeit. Jetzt werde ich die Tasche nochmal reinigen und werde sie wieder in mein Äckchen stellen und wieder befüllen mit allem, was ich so leer kriege. Und bin mal sehr gespannt, wie lange es diesmal dauert. Also ich brauche ja wirklich immer Monate, um irgendwas leer zu kriegen. Keine Ahnung. Aber ich sage es ja in jedem Video. Ich lasse es jetzt einfach mal. Es ist leer geworden. Der Kram ist leer geworden. Weg damit. Alles gut. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und guten Appetit. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einem neuen Video von mir. Bis dann. Ciao.